Ja, 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 ja! Meine Damen und Herren von der Presse, es gibt zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit ist gemeinsam mit Ihnen. Zweite Möglichkeit ist ohne Sie. Wenn Sie sich nicht mehr überlassen und Menschen benehmen, dann ja. Lügenpresse, bitte, das wird gelöscht in meinem Beisein. Arsch doch da, weit die Schnauze, hei! Hey, Vorsicht! Fällt doch da drüben, es ist wirklich ein Dreckspark! Ja? Haut auf, Haut auf, Haut auf! Widerstand, Widerstand, Widerstand! Hey, hey, hey! Auf die Polizeibeamte und ihre Fahrzeugen. Verhalte mich ruhig. Gehen Sie nach Hause zu Ihren Familien. Ich wiederhole noch einmal, es ist Ihnen gestattet, zu der Gedenkstätte einzeln zu gehen. Dort ist es untersagt eine illegale Arbeit. Untertitelung des ZDF, 2020